Hallo BMG-Fans, wir haben heiße Neuigkeiten direkt aus dem Interview mit Roland Wirkus für die Rheinische Post. Hinterlasst gleich euer »Gefällt mir« im Video, um eure Liebe für die Fohlen zu zeigen. Es scheint, als ob wir auf der Suche nach einem neuen Stürmer sind, um unsere Mannschaft zu verstärken und eine zuverlässige Option zu haben, wenn Kwankara nicht auf dem Feld ist. Der Name, der in Erwägung gezogen wird? Jordan Sibaccio Der Amerikaner, der bereits beim Union Berlin war, könnte das fehlende Puzzlestück sein, das wir suchen. Er hat sein Potenzial in der Schweiz unter der Leitung von Gerardo Sioane gezeigt, indem er in einer Saison 15 Tore für die Young Boys erzielt hat. Die Verbindung zu unserem Trainer könnte ein wichtiger Faktor in diesem möglichen Transfer sein. Nun möchte ich die Meinung der Fans wissen. Was haltet ihr von dieser möglichen Ankunft von Sibaccio? Kann er unseren Angriff stärken? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren mit uns und lasst uns über diese neue Entwicklung bei unserem Borussia diskutieren.